ich muss schon mal sagen erster ruckdacken schon wieder so gut wie voll gucken wir weiter was wir hier oben haben was gibt es hier wo ich in der packe mittendrin interessant woher wieso weshalb warum hier sind gruppentreff und ich glaube wir haben ja ein problem langsam wir sind tiefer schacht mit wir sollten diesen schacht zu machen vielleicht ne da sieht man nämlich nicht so groß aus wir sind ja irgendwo in einem dungeon habe ich das gefühl sind kundschaft hier hier war man sporn ab vielleicht kann auch sein und das lab ist natürlich mal mit meint ja da sind wir gerade ja wenn ich mich auf die karte angucken wir sind es ist ein dungeon über uns wir machen mal kurz das wasser hier aus es gibt es auch noch gibt es die auch noch ich warte ich muss hier scheiße die scheiße kann sein dass ich gleich ein paar neue freunde mitbringen da wo du den schacht zugebildet hast ist auch noch quasi kann man nach oben gehen aber es sieht relativ überschaulich aus über schau mal mitnehmen ist aber ganz viel ich höre ich höre die nacht liegt auch gold ich habe gold gefunden noch mehr gold wird jeder bedient so etwas braucht ja gerade so komisch ja das höre ich auch gerade bist du jetzt auch hochgegangen oder was ich bin jetzt hochgegangen ja 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 Da kann ich noch ein Pläser hin abbauen Da ist ein Lohr Schon mal aus der Decke gesprungen, die Scheiße Oh, wir schießen Lohen durch die Gegend, interessant Ich würde gerne die Lohre da unten holen, was ich abgeschossen habe, ich komme da mal nicht ran Die Lohre schießt auf mich Wo macht ihr eigentlich sowas? Man sollte wahrscheinlich in dem Dungeon die auf eine Stahndruckplatte treten oder? Na, wieso ist das denn immer? Ich habe nur Stahndruckplatte gefunden, die ich jetzt aber nicht ausprobieren möchte Nee, bau sie am besten einfach mal von euch Nee, nee, danke, das ist deine Ja, okay Dann baue ich die mal ab Ja, da war auf jeden Fall eine Funktion dahinter Ja, da ist was drum runter Hier ist ein Lohr hier hinter Ah! Aua! Wie schießt da sogar die Lohr? Warum schießt die denn, das blöde Vieh? Hallo? Hm? Ja? Ja? Ja, das ist Dich? Ja, das ist Ja, das ist Dich? Ja, das ist Ja, das ist ja ganz aggressiv die lohnen hier schmerz wo bist du vor sich das lohnen die beschießen dich wir kommen irgendwie nicht runter sehr aggressiv wirklich auch noch so schnell neu ständig das ist ein sporter sein irgendwo die nur um die welche mir gerne ja mal holen aber ich traue mich nicht das sind ja unten viele lohnen die haben sich jetzt alle aufgescheuchten ist ja klar weil die in einer gegend sind bist du jetzt da reingegangen spielers oder was und er hat nur eine provisorische treppe runter gebaut aber mit ist ruhe hat sich ausgelohnt jetzt hier unten wenn du alles eingesammelt hast lösche ich mal das feuerchen ich hab's eingesammelt ja da bist du ja auch muss ja irgendwie da rauskommen schmerz ja dann seht mal zu zack 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 zu deinen nachrichten ich bin raus ah ja dann ihr seid doch schon in den desert ja wir sind ja auch gut und wir kommen hierher ich komme hier raus was das heißt hier unten muss irgendwo ein sporter sein oh leute pass auf okay dann gehen wir wieder raus die kommen von oben aus der decke ja wenn die da raus kommen das ist natürlich doof ja warte mal kurz wo kommen die denn raus hier muss ja irgendwo ein sporter sein oder ja ja da machst du es mit hier wo ist die krücke weiß ich nicht läuft doch gut gerade wir müssen hier ein paar nässer sachen hier abfarmen ne da war zum block zum beispiel wir sind hier vorsichtig jetzt kommt irgendwie gar keiner mehr ja da ist doch schon wieder die kommen von dort oben die kommen irgendwo von hier raus hat da jemand angst die wieder ja ja warte los jetzt hier die wieder ich meine hier kann man ein bisschen quatschen mitnehmen hier so schnell kommen wir hier nicht wieder rein kurz mal hier das rollo runter gemacht hier sonst zu hell in der putze hier war ein spawner gerade da bin ich weggemacht ja bitte das ist ja immer noch ein feuer oh das ist eine tolle halle hier sieht ja cool aus jetzt guckert euch lieber um die feuerchen hier ja machen wir wir haben die ganzen feuerchen wir haben passen hier und hier wo bist du denn hier ich bin doch hier keine fahrne keine fahrne keine fahrne ja dann ich hoffe ich bin auch hier schön schön ja der nächste kandidat ich bin doch 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 ein paar sachen hier noch einsammeln ich bin doch 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 hier spring ins wasser was denn du nicht was ist denn schon da los ein kumpel da ich bin doch ich bin doch ich bin doch nicht ich bin doch per sind doch gewiss nicht wir haben die die nicht sie okay Hier gibt es noch ganz viele noch. Na gut, kommen wir wieder raus. Aua, was ist denn hier? Na komm her, geh mal raus. Juki möchte wieder raus. Den kann man mitnehmen, genau. Kommen die schon wieder hier? Na los, kommt her, geh mal raus. Macht das Spaß, oder? Ja. Okay, Jesse J. Jr. sagt, im Obsidian ist der Spawner, okay. Aber die fallen ja von oben runter, geht ja schlecht. So, ich bin raus, wo seid ihr? Smasch, wir kommen hier raus mit mir. Wo bist du denn, Juki? Äh, bei Smasch. Macht auch keine Anstalten, rauszugehen hier. Smasch, lass uns rausgehen. Wer seid ihr denn? So, ich bin hier. Smasch, kommst du auch? Smasch, komm jetzt. Das ist doch, war doch cool gerade, wach, oder? Ja, sehr cool. Das ist ein Spawner, ist doch lustig. Sind wir auch von so einem Dungeon, ist doch auch lustig. Natürlich gleich, war wir ja gute Kämpfer, sind gleich von ganz unten eingestiegen. Hier ist noch ein Essenzbärenbüschchen, weil das einer haben möchte. Sie alle drum streiten. Ach, du schon wieder hier. Sieh mal weg. Gott, das ist ja nicht. Schmersch, was haben wir hier bloß für eine Höhle gefunden, frage ich mich. Schmersch? Schmersch? Hallo, Schmersch? Der antwortet nicht mehr. Ich war auf einen guten Abend, ich stehe hinter dir. Ähm... Ja. Wo ist der andere? Der Tempo? Ich bin hier hinten. Okay. Ach, muss man für alles nur so kassiv machen. Bist du hochgegangen zum Sp... Oder wo? Nö, ich bin hier irgendwo langgelaufen und jetzt habe ich das... Nächste Problem. Okay. Da sind jetzt schon wieder. Ich habe einen anderen Eingang zum Spawner jetzt gefunden. Na Gott sei Dank. Äh, was denn? Was denn kann denn sein? Ach, hier ist er da. Ich will sie auf einer anderen Ebene. Nee. Hä? Warum? Wo ist er denn hin? Der gute Mann. Nee, da geht es nicht lang. Äh... Äh... Ich sehe euch gerade auf der Karte. Was ist das aufregend mit euch? Was hast du denn? Ich habe ja so viele Sachen gerade wieder gefunden. So einen einfachen losen Helm rollen, ich weg damit. Ich habe schon mal, es ist auch viel. Er hat schon wieder gefunden, ich bin nicht mit. Das ist cool. Ich gehe nochmal ganz kurz die Treppe hoch, wenn ich nicht runterfalle. Oh, jetzt sind wir wieder hier, wo ich von mir hergekommen bin. Das ist doch cool. Und da hast du ja auch... Hier gehen gerade so viele Türen auf. Uiuiui. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Bis hinter mir irgendwo, ne? Da ist Schoki. Da ist der Schmerz. Ich bin hier, also hier ist ja... Ich komme so auf die andere Ebene. Hier ist gerade noch nicht so viel los. Was geht hier? Wichtiges Bild ist Licht. Oho. Auf die Beine hauen. Ich glaube, ich soll schon nochmal ein paar Fackeln bauen. Schoki, wo bist du? Ich bin auch... Ich bin ein bisschen ausleuchtend, würde ich sagen, ne? Kommt wieder klar, Schmerz? Geht so, ja. Wir sind außer weg. Nur außer weg. Oh. Alle hat gegrüßig und ne? Ups, hier ist wie ein tiefes Loch wieder. Und hat der Hertha's auch da? Hier ist ein Spawner. Oh, das hat aber gut zu gehen. Was baue ich los? Ich versuche jetzt komplett aus dieser Hülle wieder rauszukommen. Das ist so heikel. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Licht hier zu machen. Das war schön hier. Eigentlich ist es eine schöne Hülle. Eigentlich. Genau, hier ist halt... Hier ist nix. Der Ecke, den Spawner könnten wir abbauen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Oh, scheiße. Was ist denn da los? Das ging jetzt einfach rund jetzt hier. Uiuiui. Warte mal. Warte mal, der nächste hätte gleiche Dame. Warte mal, stopp. Ah ja, alles im guten Bereich. Alles gut. Von der Redstone-True, mein Fehler. Entschuldigung. Warum ist der doch mal so gierig? War ich doch gar nicht. Sag mal, hast du hier nicht geputzt oder was? Schon die Klaße? Warum sieht der das Dieter? Das war Dieter. Hey Gold, was wollt ihr denn eigentlich? Ich hab Gold gefunden. Ganz viel Gold. Ja, das ist nicht gesucht. Ich hab ja ganz viel was Sachen gefunden. Ach Leute, die ganze Liste raus. Das hat aber dann schon gerappelt im Karton, oder? Ja, das hat heute nicht gerappelt, ne? Es rappelt in der Kiste, ja. Rappelkiste, oder? Die Rappelkiste. Die Rappelkiste. Ja, die Rappelkiste. War doch gut. Ich hab ja ganz viele Sachen hier gekriegt. Cool, noch mehr Gold. Aber eigentlich ginge die Explosionen ganz gesittet ab, ne? Ja. Ach, hier ist wieder ein anderes Spawner. Oha. Mit ganz viel, aber ganz viel komische Sachen hier. Gleich mal hier. Das ist ja nur ein Weg nach oben, ne? Ah, das hat er schon gebaut, ne? Ja, da kommen wir wieder bei dem Schachbrettmuster raus. Genau. Ach, Schoko, was hast du denn? Ein bisschen schwierig, die Herren. Warum das denn? Was gibt's hier? Hier gibt's nichts, ne? Das ist doch lustig, oder? Ja, sehr lustig. Das ist ein Skierstand gerade hier. Das ist ja ja nur groß, ne? So. Zicke zacker vorbei hier. Huh. Wo kommt der denn her? Wir sollen vielleicht langsam wieder rausgehen, ne? Ja. Ja, wäre nicht schlecht. Oh, diesen Druckplatz. Soll ich mal draufgehen? Nein, nein. Ich würde ja immer gerne, aber... Nee, würde ich. Ich würde ja mal probieren. Jetzt ist ja schon mehr, wenn dir der Arsch hoch fliegt. Anklicken geht ja nicht, ne? Na, schade. Das Ganze vergessen. Das stimmt richtig. Ja, das ist viel vorhanden. Oh, komm mal wieder. Ja, da wo wir reingekommen sind. Ja, da wo wir reingekommen sind. Ja, da bin ich Spoiler. Ich würde ja auch mal sagen. Ich würde sagen, Fackeln rechts. Du auch. Du auch. Hier ist das... Fackeln rechts? Hierin war da, ob man da gekommen ist und da... Hier ist das Schachbrettmuster? Ja. Genau. hat kein recht hier lang dann wieder hier toll das stimmt hier sind wir wieder jetzt sind wir raus also abenteuerlich heute weiter klasse das ist auch ein tolles holensystem alles was man so muss das jetzt sind das zehn herz okay das brauchen wir nicht jetzt ganz viel noch hier geklingelt mosterbruchstein habe ich das haben wir hier noch silbererz ich weiß welche schlucht du meinst aber keine ahnung wo die ist sondern wieder hier sieht doch gut aus ja wir werden sie schon ja ich denke wir werden sie schon irgendwann wieder finden sag ich will aufregung heute schon wieder gibt es aber gar nicht ich fand es lustig und nur weil ich hier langen gang hier durch durchgebuddelt habe nur daran auch lustig ich habe mich ja super schlagen ich mich auch ich wollte ja eigentlich dass das das dem blöden ja abschießen die fledermaus die da war dass das dafür für ein unwesen aber ich habe sie nicht getroffen dafür habe ich die truhe aus versehen aufgemacht aber hat bum 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 gemacht ich habe da auf dem pfeil reparieren das muss aber der geht immer mehr geht trotzdem kaputt da beim pfeil sowieso voll ist verbrauchst du musst auf den bogen manche machen oder das hat auch variieren das groß ja 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 du brauchst xp muss ja xp sammeln gut so ach ich denke mal hier fällt man durch so hier hast du denn hier ist die treppe nach oben hoch die treppe nach oben so ich bin gleich schon am ausgang hier habe ich auch noch gar nicht klar klar mehr schoss hier eindeutig ein fehler maus problem sind überall die schiegers ich weiß auch nicht so was machen wir jetzt weiter buddeln ich müsste ja mal kurz nach hause und entladen ja schon ein bisschen entladen ja ich könnte ja dann spielt immer die decke die muss immer verkleidet werden so wo ist das gold der schmerz kriegt ja gold ist das gold hin ich habe auch noch wird jetzt zwölf gold erz in dem rucksack ich hätte 5 hätte noch mehr 5 diamanten und glaube es 22 ihr schmerz die gold so ich muss aber kurz nach hause abladen oder weiter buddeln ist da oder was man mal nicht alle auf einmal wir können ja kurz nach hause und wir treffen uns in silberburg dann treffe ich euch die zeige ich euch die verborgenen fahrer okay machen also ich habe so viel normales gedöhnt kein teil auch hier reinschmeißen das lagerhaus falls man wieder einer vorbeikommt ist dann hier ein paar sachen hier mal reinpackt was man so nicht braucht green schiss an der sit jetzt habe ich sonst so in den rucksäcken drin den rest nehmen wir mit ja machen wir sollen mal schnell nach hause ausladen dann treffen uns noch mal hier auch die mini ist gut also aber wo ist selbst keine wünsche auch sondern dann schon super geschlagen mensch wir haben lohn erledigt am laufenden band am laufenden band jeden fall also das ist richtig gut